Spiegel Coaching – Meer bewegen Folge 3 – Richtig gehen Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft Dieser Spruch des tschechischen Langstreckenläufers Emil Zatopek wird gern in Läuferkreisen zitiert. Diese schlichte Wahrheit gilt aber nicht nur fürs Rennen und Joggen, sondern auch fürs Gehen schlechthin. Unser Körper ist fürs aufrechte Gehen gemacht. Seit schätzungsweise 84.000 Generationen laufen und laufen wir. Der Homo sapiens ist der perfekte Ausdauerläufer, die rund 5 Millionen Schweißdrüsen, die jeder Mensch besitzt, sorgen für Abkühlung bei körperlicher Anstrengung. Die kurzen Zehen, die lange Achillessehne, die schlanke Taille, der Fußsohlenbogen und die langsamen Muskelfasern in der Beinmuskulatur waren hilfreich, um Tiere stundenlang zu hetzen. Die Fitness eines Menschen erlaubt, vor allen anderen Werten, die zuverlässigste Vorhersage der Lebenserwartung. Ein einfaches Beispiel? Spaziergänger, die jede Woche 150 Minuten an der frischen Luft sind, leben durchschnittlich drei bis vier Jahre länger als Menschen, die sich auf dem Sofa fläzen. Aber auch unsere Vorfahren haben nicht 30 oder 40 Kilometer am Tag zurückgelegt, sondern 5 bis 15. Ein ausgedehnter Spaziergang durch die Stadt ist also gesünder als extremes Langstreckentraining. Wenn wir dem Körper längere Spaziergänge gönnen, tun wir schon sehr viel für eine gesunde und wohltuende Art der Bewegung. Dabei werden alle Muskeln und Gelenke gut beansprucht und erhalten die Bewegungsimpulse, die sie brauchen, um gesund und lange funktionstüchtig zu bleiben. Die Übung in dieser Folge des Coachings widmet sich deshalb komplett dem Gehen. Sie heißt schlicht bewusst gehen. In der ersten Folge haben wir uns bereits mit einer bewussten Haltung beim Sitzen und Stehen beschäftigt. Nun geht es darum, auch das Gehen bewusst zu gestalten und sich für das sogenannte vitale Gehen zu entscheiden. Probieren Sie in den kommenden Tagen, statt sich einfach so zu Fuß fortzubewegen, in den Modus des vitalen Gehens zu wechseln. Das ist im Grunde ganz einfach. 1. Stehen Sie in der aufrechten Haltung, die Sie bereits geübt haben. 2. Beine in angenehmer Breite, Brustbein angehoben, Schultern und Bauch locker. 2. Laufen Sie in dieser Haltung los, flott und in angenehm großen Schritten, aber nicht schnell. Wenn Sie die Geschwindigkeit überprüfen möchten, überlegen Sie, ob man zum Takt der Schritte das Wandern ist des Müllers Lust pfeifen könnte. 3. Bewegen Sie die Arme locker mit. Sie sollen frei schwingen. Die Bewegung kommt aus der Schulter. Verzichten Sie auf Handtasche, Aktentasche oder Einkaufstasche. Nehmen Sie stattdessen einen Rucksack. 4. Achten Sie nun beim Gehen auch auf die Art, wie Sie die Füße setzen. 5. Probieren Sie immer, bewusst die Ferse zuerst aufzusetzen und dann Richtung Fußspitze abzurollen. Das bahnt die gesunde Bewegung, aktiviert optimal die Fußmuskulatur. Um das vitale Gehen anzufangen, reichen diese vier Punkte aus. Wichtig ist immer, dass Sie nicht zu langsam und nicht zu schnell gehen. Dabei hilft, ein Lied dazu zu summen. Wenn Sie kein Volkslied-Fan sind, können Sie auch Popsongs im ähnlichen Tempo wählen. Passend wäre etwa der Popklassiker Go West von den Pet Shop Boys, der Oldie Yellow Submarine von den Beatles oder der Rocksong Seven Nation Army von den White Stripes. Für Musiker ungefähr zwischen 110 und 130 Beats per Minute. Wenn Sie aus Ihren normalen Alltagswegen nach und nach Strecken machen, die Sie auf vitale Art gehen, haben Sie schon eine ganze Menge zusätzlicher Bewegung in Ihr Leben gebracht. Machen Sie sich auch darüber Gedanken, ob Sie dabei lieber einen Rucksack tragen als eine Tasche und ob Sie Ihr Arbeitsleben so organisieren können, dass Sie ganz ohne Tasche oder Beutel losgehen können. Viele Menschen tragen aus reiner Gewohnheit Taschen mit allerlei Dingen mit sich herum, die dann zu einer einseitigen Belastung führen. Für alle, die sich selbst als Sportler identifiziert haben und sich von dieser Übung unterfordert fühlen, machen Sie in den nächsten Tagen ein oder zwei weitere sportliche Aktivitäten, die Sie wirklich mögen. Oder Sie hängen ein paar Minuten vitales Gehen an Ihre Joggingrunde an. Das hilft beim Cooldown und dehnt die vom Rennen verkürzte Muskulatur auf natürliche Weise. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, Bewegung in Ihren Alltag zu bringen. Die stellen wir in der nächsten Folge des Coachings vor. Spiegel Coaching Mehr bewegen Mehr bewegung in Ihren Alltag zu bringen.